Hallo miteinander und herzlich willkommen in einem neuen Wundervoll-Video. Heute mit einer weiteren Episode von Natürlich Kochen Basics. Und das heutige Thema ist Brot. Brot mit Hefe, Hefenteig. Dafür habe ich vier verschiedene Mahle, die ich jeweils selber mahle. Die kann man natürlich aber auch kaufen. Das sind glütenfreie Mahle, also mit Getreiden, die nicht glütenhaltig sind. Und jeweils alles, was in der Schweiz an Mahl für Brot brauchbar ist. Wir haben einmal Buchweizen-Mahl, wir haben einmal Hirse-Mahl, wir haben einmal Quinoa-Mahl und wir haben einmal Hafer-Mahl. Alles jeweils eben aus der Schweiz und selber mahlen. Wenn ihr natürlich das Mahl kauft, wird es wahrscheinlich nicht aus Schweizer Getreide sein. Aber das wäre auch kein Problem. Ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr viel Brot macht, den Müll zu kaufen. Weil man mit denen natürlich dann auch mega toll mischen kann. Im heutigen Video geht es aber nur darum, wie die Eigenschaften von jedem einzelnen Mehl sind. Das heisst, ich mache mit jedem Mahl ein Brot. Also ein Brot nur mit Buchweizen-Mahl, ein Brot nur mit Hirse-Mahl, ein Brot nur mit Quinoa-Mahl und ein Brot nur mit Hafer-Mahl. Wie schon gesagt, aus dem heraus kann man dann optimal mischen, wenn man seine Brotkreation macht. Aber natürlich, wenn man etwas besonders gerne hat und einem das besonders gefällt, könnt ihr das natürlich auch gerne nachmachen. Und unten im Kommentar schreiben, wie eure Erfahrungen sind. Was wir dann noch brauchen, weil wir ja glütenfrei backen und quasi keine Klauber haben oder nichts, was das Brot wirklich zusammenhält, habe ich hier noch Linsamen und Chiasamen. Die kommen ebenfalls beide aus der Schweiz. Und die brauchen wir bei jedem von den Mahl zum Binden. Natürlich gibt es Mahl wie zum Beispiel ein Buchweizen-Mahl oder Hafer-Mahl, die von sich aus schon recht gut binden. Aber ich mache jeweils immer ein bisschen Chia- und Linsamen rein. Dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Kreation und das ist das Buchweizen-Brot. Und für diese Brotkreation brauchen wir Buchweizen-Mahl, dann brauchen wir natürlich Salz und ein bisschen Wasser und Hefe. Das ist natürlich jetzt etwas, was ausnahmsweise mal nicht unverpackt ist. Ich nehme hier auf so eine Schale-Mahl. So eine Schale-Mahl, das sind ungefähr je nach Mahl zwischen 350 und 450 Gramm Mahl. Beim Buchweizen-Mahl, das ist eher ein bisschen schwerer, sind es ungefähr 450 Gramm würde ich sagen. Auf das nehme ich ein Viertel Würfel Hefe. Das heisst, das sind ungefähr plus minus 10 Gramm Hefe. Dann brauchen wir ein bisschen Linsamen und ein bisschen Chiasamen. Hier geben wir jeweils ungefähr 1 Esslöffel Chiasamen und 1 Esslöffel Linsamen. in eine kleine Gewürzmühle. Und das einmal schnell mahlen. Wenn das gemahlen ist, das Ganze geben wir das in eine Schale. und giesse es mit heissem Wasser, also kochend heissem Wasser auf. Ich misse das jetzt nicht ab, also aber eigentlich auf die 2 Esslöffel würde man die 2-3-fache Menge nehmen, also zwischen 4 und 6 Esslöffel Wasser. Ich tue einfach ein bisschen Wasser rein. Und wenn ich ein bisschen Wasser drin habe, rühre ich das. Und dann werdet ihr sehen, dass es so eine leicht schälartige Konsistenz entsteht. Das ist dann unser Bindemittel. Optimal lässt man das jetzt noch ein bisschen stehen und abkühlen. damit es noch eine bessere Wirkung hat und nicht zu heiss ist mit der Hefe. Ich tue mein Mahl in eine Schüssel. Ihr seht hier schon, ich habe hier eine Küchenmaschine, mit der ich den Teig mache. Optimal ist es schon, wenn ihr Brot macht, wenn ihr so eine Küchenmaschine habt. Ihr könnt natürlich aber auch, weil glütenfreie Teige eher ein bisschen klebrig sind, aber dafür auch ein bisschen flüssiger als einen normalen Teig, könnt ihr das natürlich auch mit einem Gabel oder mit einem anderen Ding einfach so mischen. Ich mache das jetzt mit der Maschine, weil es einfach schneller geht. Ich tue mein Mahl hier rein, gebe auf die Menge Mahl. Ungefähr einen gehäuften Teelöffel Salz dazu. Dann nütze ich gerade meine Schälchen, um die Hefe zu vorbereiten. Dafür habe ich hier noch ein bisschen warmes Wasser. Das ist eigentlich wirklich ein nicht zu warmes Zimmertemperaturwasser. Diese Wasser sind meistens ein bisschen kälter. Ich habe es gerne, wenn es ein bisschen weniger warm ist. Das Wasser könnt ihr natürlich auch testen. Und ich tue mir das immer gerne so vorbereiten. Dann habe ich hier schon mein lauwarmes Wasser. Nimm jetzt ein Viertel Würfel Hefe. Und gebe das hier rein. Und dann gebe ich hier noch etwas Wasser rein. Und ich tue das Ganze mit einem Gabel etwas vermischen. Danach gebe ich mein Hefewasser zum Mahl dazu. Hier schauen, dass es wirklich nirgends unter sich abgesetzt hat. Man schön alles braucht. Dann kommt noch unsere leinsame Chiasame. Unsere leinsame Chiasamenschel dazu. Und wir geben das Ganze hier auf die Küchenmaschine. Und ich nehme am liebsten einen solchen Knett. Einen solchen Aufsatz. Man kann hier aber natürlich den Aufsatz nehmen, den man am liebsten hat. Und ich tue das Ganze hier einmal ein bisschen mischen. Und gebe dann immer nach und nach ein bisschen Wasser dazu. Bis wirklich dickflüssiger Teig entsteht. So, wenn wir das ein bisschen knacken lassen, dann sind wir optimal. Einmal haben wir hier jetzt eine Konsistenz, die so dickflüssig ist und so anbetropft. Wenn wir dann die Konsistenz erreicht haben, dann gebe ich das Ganze jetzt in eine kleinere Schüssel. Ich gebe das Ganze hier rein. Wir sehen, es ist ein dickflüssiger Teig. Wenn ich meinen Teig in der Schüssel drin habe, dann dürfte er jetzt für ungefähr eine Stunde aufgehen. So, dafür nehme ich ein Tuchli und tue hier von meinem lauwarmen Wasser drauf. Und gebe das Tuch hier drauf und stelle das Ganze an einen warmen Ort in der Küche. Oder tue es in den Ofen rein und tue die Ofenlampe an. Das ist auch eine sehr effektive Methode. Es sollte nicht zu warm sein, aber wenn es ein bisschen warmer ist, natürlich ein bisschen schneller. Und das kann jetzt, wie schon gesagt, eine Stunde dauern. Wenn der Teig gegangen ist, dann nehme ich eine Kastenform und tue die mit ein wenig Öl oder Kokosfett einfetten. Einfach ein wenig Öl rein und mit einem Pinsel schön verteilen. Und dann kommt der Teig in die Form. Das ist jetzt tendenziell fast schon ein wenig zu viel Teig auf. Für diese Form könnte man rein theoretisch auch, wenn man es nicht so will, dass es zu fest aufgeht, könnte man es auch noch ein wenig auseinander ziehen. Wenn ihr merkt, ihr habt tendenziell ein wenig zu viel Teig drin. Dann zieht ihr die Form einfach noch ein wenig auseinander und verteilt das mit dem Teig schön in der Form. Hier kann man es auch noch einmal mit etwas Wasser schön glatt streichen. Ich finde, das braucht es nicht unbedingt. Und tue das einfach so einigermassen gut verteilen. Und dann geht der Teig nochmal für ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde. In diesem Schritt tue ich, um das Brot nochmal aufzugehen lassen, tue ich das immer gerne auf dem Hart machen. Also auf der Hartplatte. Dafür nehme ich so ein Auskühlgitter und tue es über ein grosses Kochfeld. Oder zwei grosse Kochfelder in diesem Fall. Ich habe jetzt hier mehrere Brote. Das heisst, ich tue einfach die Brote hier drauf verteilen. Und dann habe ich zwei hohe Tassen, die ich hier drauf tue. Und das Ziel ist eigentlich einfach, dass es nochmal ein wenig warmer ist, von der Temperatur her. Ich lasse in diesem Fall einfach schnell die Platten ganz heiss an, bis sie ein wenig warm sind. Und danach stelle ich sie dann wieder ab. Und dann tue ich ein Backblech oben drüber. Das tue ich vorher noch schnell in den Ofen und ein wenig heiss machen. Und wenn die Platten heiss sind, bei mir kann ich das wirklich auf dem Minimum einstellen. Wenn ihr das nicht einstellen könnt, könnt ihr es auch einfach heiss machen und dann abstellen. Und dann hat es ja noch recht lange, wo es Hitze gehalten hat. Und die Teige, die lassen wir jetzt eigentlich, ich sage 20 bis 30 Minuten so als Anhaltspunkt. Aber da würde ich wirklich immer wieder schauen und wirklich sobald der Teig auf die gewünschte Höhe, also ungefähr die Kante der Form aufgegangen ist, dann ist er bereit zum in den Ofen zu tun. Sobald das Blech richtig schön heiss ist, nehme ich das aus dem Ofen raus und mache das oben drauf. Hier ist wichtig, dass wenn ihr das macht, ihr das so macht, dass ihr noch unten dran schauen könnt, ob der Teig genug aufgegangen ist. Das heisst, ihr könnt es nicht direkt über die Formen drüber machen. Aber dazwischen auch mal checken, sobald das Blech nicht mehr heiss ist, kann man das auch noch mal schnell in den Ofen tun und ein wenig warm machen. Oder die Platte noch mal schnell ein wenig warm machen. Hier ist einfach das Ziel, es nicht zu warm zu machen, aber trotzdem ein heisses Blech und eine heisse Platte zu haben, wo wirklich den Teig noch mal richtig schön zum Aufgehen bringen. Auch den Buchweizen-Teig werde ich jetzt im Backofen machen. Der ist auch sehr schön aufgegangen. Da haben wir ja sogar das noch etwas verlängert und trotzdem ist er mega gut aufgegangen. Den gebe ich auch im Backofen. Und wenn ihr jetzt nur ein Brot habt, dann könnt ihr das bei 200 Grad und bei Unterhitze backen. Wenn ihr wie ich mehrere Brot habt, dann würde ich das bei Umluft machen. Und wenn man so viel hat wie ich, ich nehme das jetzt nicht an, aber ich backe es dann tendenziell etwas auf höhere Hitze, also 220 Grad am Anfang. Und wenn es dann ein wenig anfängt, braun zu werden, dann stelle ich es ein wenig runter von der Gerade her. Brot backen wir jeweils ungefähr eine Stunde plus minus. Man kann immer wieder mal reinschauen, so nach 45-50 Minuten und schauen, wie schön braun sie oben sind. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie viel Brot man gleichzeitig backt und wie heiss man es backt. Ob man 200 Grad backt oder ob man es ein wenig anbestellt nach einer gewissen Zeit auf 180 Grad. Je nachdem wie dunkelbraun sie oben sind, also wenn ihr merkt, dass sie wirklich ein wenig schön braun oben sind, kann man es auch ein wenig anbestellen und dann geht es halt noch etwas länger zum Backen. Und jetzt ist auch das Buchweizen-Hafenbrot gut gebacken und ich kann es aus dem Ofen rausnehmen. Das ist das Buchweizenbrot. Wir haben eine sehr schöne, nicht bröcklige Konsistenz. Kommt auch sehr gut aus der Form raus. Auch hier nochmal schnell den Test. Jetzt ist es Zeit um sie zu probieren. Ich starte hier mal mit dem Buchweizenbrot. Wir sehen, dass es richtig schön geworden ist. Richtig knusprige Krusten haben. Sehr schön aufgegangen und eigentlich recht wenig einbröcklet. Dann schneiden wir hier mal ein Stück davon ab und schauen, wie das von innen aussieht. Und wir sehen eine sehr schöne Konsistenz. Gar nicht bröcklig und schön luftig. Ist auch nicht sehr schwer. Ist wirklich vom Aufgehen. Jetzt probiere ich das. Schönen Brot noch. Und teste mal, wie es geschmacklich ist. Ein feiner, intensiver Buchweizen-Geschmack. Und es hat eine sehr tolle Konsistenz. Also wirklich gar nicht bröcklig, gar nicht trocken. Jetzt kommen wir zur zweiten Brotkreation. Und das ist das Hirsenbrot. Dafür habe ich wieder eine Schale Hirsemahl. Das sind ungefähr 350 bis 450 Gramm Mahl. Eben für diese Kreation brauche ich einmal so eine Schale Mahl. Dann brauche ich Salz. Dann brauche ich Wasser. Und zum Binden Chiasamen und Linsamen. Dann brauchen wir natürlich Hefe. Das ist jetzt das einzige, was nicht unverpackt gekauft ist. Das ist in so einem Papierchen. Und dann brauche ich ein Viertel Würfel Hefe. Das sind ungefähr 10 Gramm Frischhefe. Auf eine so eine Tasse Mahl. Also für ein Brot. Von diesen brauche ich 1 Esslöffel Linsamen. Und 1 Esslöffel Chiasamen. Die gebe ich in so eine Gewürzmühle. Und für das Ganze schnell mixen. Dann gebe ich das Ganze in eine Schüssel. Und tue es mit heissem, kochend heissem Wasser aufgießen. Hier, wenn ihr es abmessen wollt, könnt ihr auf die 2 Esslöffel ungefähr 4 bis 6 Esslöffel Wasser nehmen. Ich tue einfach ein bisschen Wasser rein und mache das nach Gefühl. Und wenn ihr das mischt, dann sollte eine so eine leicht schelartige Konsistenz entstehen. Und das ist dann quasi unser Bindemittel für das Brot. Optimal lässt man das noch ein wenig abkühlen. Und im nächsten Schritt geben wir unser Mehl in eine Schüssel. Ihr seht, ich habe hier eine Teigmaschine. Und mache das mit dieser. Ihr könnt es aber problemlos auch vorhand mischen. Von der Konsistenz her wird das Brot eher ein wenig flüssiger. Das heisst, es geht auch gut ohne Küchenmaschine. Mit dieser geht es einfach ein wenig schneller. Wenn ich mein Mehl da rein gebe, dann bereite ich meine Hefe vor. Dafür habe ich mir ein wenig lauwarmes Wasser vorbereitet. Das darf wirklich nicht zu warm sein. Ich nehme, ich denke so ungefähr die Zimmertemperatur. Also, dass wenn er drei lange jetzt nicht kalt ist, aber auch nicht warm. Dann gebe ich ein Viertelwürfel Hefe ins Schalchen. Und mehr Wasser. Da spielt es noch nicht so eine grosse Rolle wie viel Wasser. Danach vermische ich das ein wenig vermischen. Dann brauchen wir natürlich wieder einen gehäuften Teelöffel Salz. Ich gebe das zum Mahl dazu. Ich gebe das Hefenwasser zum Mahl dazu. Schauen, dass das unten wirklich gut alles mitkommt. Für guter Letzt geben wir natürlich unsere Bindemittel dazu. Unsere Chia und Linsamen. Optimal eben, wie schon gesagt, ein wenig abgekühlt. Und dann vermischen wir das mit der Küchenmaschine. Während das mischt, gebe ich nach und nach ein wenig Wasser dazu. Bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Ein dick, flüssiger, geschmeidiger Teig. Wir sehen jetzt bei diesem Teig, dass es noch ein wenig zu dünnflüssig ist. So dünnflüssig sollte es auch nicht sein. Am besten, ihr macht euch ein kleines Gläschen mit Mehl auf die Seite. Um am Anfang noch ein wenig zu geben, in diesem Fall. In meinem Fall ist das jetzt der Fall. Ich mische das Ganze nochmal. Jetzt haben wir die gewünschte Konsistenz erreicht. Bei den Hirsen. Jetzt müssen wir hier ein wenig schauen, dass es, wie schon gesagt, nicht zu flüssig ist. Weil es hier recht trocken ist. Also hier ist der Hirsen-Mehl-Rest recht trocken ist. Es sollte schon auch nicht zu trocken sein. Aber auch hier. Ein dickflüssiger Teig. Das bindet natürlich nicht so gut. Darum sieht das jetzt ein wenig dünnflüssiger aus. Aber es ist wirklich ungefähr gleich dick wie der Buchweizenteig. Einfach, dass es eben weniger gut bindet. Also das ist wirklich das dünnste, was es sein sollte. Und beheersen ist wirklich wichtig, dass man es nicht zu dünn macht. Lieber etwas dicker als das. Auch diesen Teig geben wir in eine Schüssel, um aufzugehen. Und wenn wir das gemacht haben, machen wir auch hier ein viertes Tuch drüber. Und lassen den Teig für eine Stunde ungefähr an einem warmen Ort in der Küche oder in einer Wohnung oder im Haus liegen. Lass gehen. Hier haben wir den Hirsen-Teig. Der ist nur ein wenig aufgegangen. Wenn der Teig gegangen ist, dann brauchen wir eine Kastenform. Und die mit ein wenig Öl, oder ihr könnt auch Kokosfett nehmen, ein wenig einfetten. Geben ein gutes Öl dazu. Geben ein gutes Öl rein, besser gesagt. Und wir tun das mit einem Pinsel ein wenig streichen. Schön gut in den Ecken und überall. Und geben unseren Teig rein. Wenn das in der Form ist, lassen wir es im nächsten Schritt nochmal 20 bis 30 Minuten lang gehen. Als zweites ist der Hirsen-Teig ready. Der ist auch richtig schön aufgegangen nochmal. Auch den tue ich jetzt in den Backofen. Und wenn ihr jetzt nur ein Brot habt, dann könnt ihr das bei 200 Grad. Und bei Unterhitze backen. Wenn ihr, wie ich, mehrere Brote habt, dann würde ich das bei Umluft machen. Brot backen wir jeweils ungefähr eine Stunde, plus minus. Jetzt ist das zweite Brot fertig gebacken. Das ist das Hirsenbrot. Das nehme ich jetzt mal aus dem Ofen raus. Wie man sieht, ist hier typisch für das Hirsenbrot, dass es die Wilde eben nicht so gut bindet. Weil Hirse eher trocken ist. Geht es meistens nach dem Aufgehen in der Mitte zusammen. Ist aber trotzdem sehr fein. Und auch das Brot, auch bei Dammbrot, natürlich zuerst noch ein bisschen testen. Und wenn es nicht mehr zu hohl klingt, dann kann man auch das aus der Form rausnehmen. So, dann nehmen wir das aus der Form raus. Am besten, das habe ich bei dem jetzt nicht gemacht, tut man es auf den Kopf stellen. Auch da kann man nochmal schnell checken. Damit das dann wirklich schön knusprig wird nachher. Dann kommen wir zu unserem Hirsenbrot. Hier sind wir schon. Es ist, weil es nicht so gut bindet wie die anderen. Weil es eher ein trockenes Mehl ist, ist es ein bisschen eingebaut in der Mitte. Das ist wirklich die Knusprigkeit in Person wahrscheinlich. Also sehr, sehr knusprig aussen. Auch da. Eigentlich ist es sehr gut aufgegangen. Eben einfach bis auf das, dass es einfach von der Eigenschaft von Malhart dann ein bisschen zusammenkommt. Weil es nicht genug gut bindet. Auch da schneiden wir das mal an. Dann schauen wir, wie das von innen aussieht. Und wir sehen eigentlich eine sehr schöne Struktur. Ist natürlich wirklich hirsenmässig eher ein bisschen härter. Also ich würde sagen, es ist definitiv kein weiches Brot, aber auch nicht schwer. Es ist tendenziell auch eher ein leichtes Brot. Einfach ein bisschen härtere Konsistenz. Aber auch sehr schön. Jetzt probiere ich das feine Hirsenbrot noch. Es erinnert uns ein bisschen fast zu einem Knäckebrot. Oder Cracker. Weil es ein bisschen die festere Konsistenz hat. Schmeckt aber sehr fein. Auch eher ein bisschen neutral. Ein bisschen nach Hirsen halt. Also ich denke, es ist auf jeden Fall auch etwas mega feines, zum ein bisschen mit Aufstrich drauf. Oder sogar zum snacken mit einem Dip oder so. Wirklich eine sehr tolle Kreation. Hält auch recht gut zusammen. Auch wenn es ein bisschen trockener und bröckeliger ist, als die anderen Brote. Eigentlich ein sehr feiner. Nicht nur Brot, sondern auch Snacken. Dann kommen wir mal zu unserem Quinoa Brot. Dafür brauche ich wieder eine Schüssel Quinoa Mehl. Auch das habe ich natürlich selber gemahlen. Dann brauche ich wieder ein bisschen Salz. Ein bisschen Wasser. Und zum Binden einmal Linsamen und einmal Chiasamen. Je ein Esslöffel. Natürlich brauchen wir auch noch Hefe. Das ist nicht ganz unverpackt. Und wir brauchen ein Viertel Würfel frische Hefe. Das sind ungefähr 10 Gramm Hefe. Da gebe ich Ihnen so ein kleines Gewürzmühle. Ein Esslöffel Linsamen. Ein Esslöffel Chiasamen. Und ich mixe das schnell. Dann gebe ich das Ganze in eine Schüssel. Optimal lässt man das ein wenig stehen, damit es ein wenig abkühlt. Vor allem wegen der Hefe im Teig. Als erstes gebe ich mein Quinoa Mehl in eine Schüssel. Eingehäfte Teelöffel Salz dazu. Und dann kann ich hier gerade mein Schalchen brauchen, um meine Hefe reinzutun. Hier brauchen wir ein Viertel Würfel Frische Hefe. Das sind ungefähr 10 Gramm Frische Hefe. Und hier habe ich mir schon etwas Wasser vorbereitet. Ungefähr Raumtemperatur. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Ich gebe hier ein wenig Wasser rein. und mische das Ganze ein wenig. Dann gebe ich hier noch mein Hefe Wasser dazu. Schaue, dass hier wirklich alles von der Hefe mitkommt. Und zum Schluss kommen noch die Linsamen und die Chiasamen rein. unser Bindemittel. Wenn ihr hier nur mit Leinsamen oder nur mit Chiasamen habt, ist das natürlich auch kein Problem. Dann macht ihr das einfach nur mit Chiasamen mit 2 Esslöffel Chiasamen, nur mit Leinsamen mit 2 Esslöffel Leinsamen. Dann, seht ihr, habe ich hier eine Teigmaschine. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr das, weil glütenfreie Teige meistens ein wenig flüssiger sind, wie ein normaler Teig, könnt ihr das auch einfach gut selber verrühren. Ich mache es jetzt mit der Küchenmaschine, weil es einfach ein wenig schneller geht. Ich empfehle euch aber auf jeden Fall, so eine Küchenmaschine zu haben, wenn ihr viel Brot macht. Vor allem eben beim glütenfreien Brot, weil es ein wenig klebriger Teig ist, den man wirklich nicht gut von der Hand kneten kann. Dann, während das sich vermischt, gebe ich immer noch und noch etwas Wasser dazu, bis dickflüssiger, geschmeidiger Teig entsteht. So, jetzt haben wir hier wieder unsere gewünschte Konsistenz erreicht. Auch beim Quinoa-Mal ist es so, dass das nicht so gut bindet, wie jetzt ein Buchweizenmal. Deswegen sieht man auch hier, von der Konsistenz her ist es recht ähnlich wie die anderen Male. Einfach, dass es weniger gut bindet. Das Ganze geben wir auch in eine kleine Schüssel zum Kolo. Auch hier brauchen wir wieder eine Tüche, die wir nass machen und drüber tun und stellen den Teig an einen warmen Ort, in der Küche oder in der Wohnung, im Haus für euch und lassen das 1 Stunde gehen. So, hier haben wir den Quinoa-Teig, der ist recht wenig aufgegangen. Wenn der Teig gegangen ist, dann brauchen wir jetzt eine Kastenform. Die tun wir ein wenig einfetten. Dafür nehme ich ein wenig Öl oder ihr könnt auch Kokosfett oder anderes Fett nehmen. Machen hier ein wenig rein, nur ein leichtes Gütschel. Und mit einem Pinsel, tun wir das mit einem Pinsel oder mit der Hand ein wenig verteilen. Leider habe ich jetzt hier nicht gleichmassig grosse Formen. Deswegen gibt es jetzt ein wenig unterschiedliche Brote, aber das spielt eigentlich keine so grosse Rolle. Wenn wir die Form eingefettet haben, dann kommt unser Teig in die Form. Hier sehen wir jetzt auch, es ist tendenziell eine zu kleine Form für diesen Teig. Das ist natürlich nicht optimal, weil er jetzt nicht mehr so viel aufgehen kann. Im zweiten Schritt. Hier muss man halt schauen. Und ihn nur so lange aufgehen lassen, wie bis es halt drüber kommt. Es darf natürlich dann schon auch nicht überlaufen. Im zweiten Schritt lassen wir diesen Teig jetzt nochmal 20 Minuten bis eine halbe Stunde gehen. Oder halt eben bis es die Höhe erreicht hat vom Rand der Form. Der Teig ist jetzt bereit. Wenn ihr jetzt nur ein Brot habt, dann könnt ihr das bei 200 Grad. Und bei Unterhitze backen. Wenn ihr wie ich mehrere Brote habt, dann würde ich das bei Umluft machen. Brot backen wir jeweils ungefähr eine Stunde plus minus. So jetzt ist das Brot fertig. Das ist jetzt eine Stunde drinnen gewesen. Tendenziell fast ein wenig fest anbacken von oben. Aber es sieht auf jeden Fall sehr fein aus. Wir können das immer checken. In dem es nicht mehr zu hohle Ton gibt, wenn man es draufklopft. Und als erstes machen wir das auf ein Auskühlgitter. Und hoffen, dass es nicht zu fest angeklappt ist. Wenn das nicht gut klappt, also gerade bei den Formen, die man nicht auseinanderziehen kann, ist das manchmal der Fall. Dann kann man hier mit einem Messer auf der Seite jeweils ein wenig einstechen. So, jetzt habe ich es endlich geschafft, das Brot aus der Form auszunehmen. Ich empfehle euch wirklich, wenn ihr eine tolle Form wollt, dass ihr eine Form nehmen könnt, die man auseinandernehmen kann zum Brot backen. Bei der ist es jetzt ein wenig schwierig, aber noch ein wenig einstechen und rausklopfen. Jetzt hat es geklappt und wir sehen, dass es wirklich beeindruckend braun ist. Es scheint innen fast noch etwas weich zu sein. Ich bin gespannt, wie das dann von der Konsistenz innen ist. Und das lassen wir jetzt auf einem Auskühlgitter abkühlen. Und sobald es abkühlt ist, probieren wir das. Und dann kommen wir zum Spezialbrot. Das ist jetzt auch das erste Mal, wo ich das mache. Ja, klingt so exotisch, aber ist natürlich. Das Quinoa kommt ja aus der Schweiz auch. Respektive ich kaufe das aus der Schweiz. Wir sehen, es fühlt sich recht weich an. Aber es ist wirklich sehr... Also Quinoa ist ja wirklich ein helles Kohl oder helles Pseudogetreide, wenn man es so sieht. Aber es ist richtig dunkelbraun ausser geworden. Obwohl es eigentlich wirklich recht weich noch wirkt. Aber es sieht sehr schön aus, finde ich. Das ist halt das auch gesehen, muss man noch dazu sagen, das am wenigsten hätte aufgehen können. Weil es in einer kleineren Form gewesen ist. Aber wenn es in einer grösseren Form gewesen wäre, dann wäre das nur, weil es ein wenig kleiner aussieht wie die anderen. Dann wäre es auf jeden Fall gleich gross wie die anderen. Auch hier schneiden wir das mal an und schauen, wie das von innen aussieht. Wow, das hat eine beeindruckende gute Konsistenz. Es ist eher ein wenig feuchter von der Konsistenz. Und richtig schön weich. Ich würde sagen, es ist von der Weiche her wie ein Haferbrot. Aber von der Konsistenz wirklich sehr schön. Also fast noch ein wenig fein paariger, wie die Buchweizen zum Beispiel. Also sehr beeindruckend. Ich würde sagen, das gefällt mir jetzt so, ohne es zu probieren, vom Aussehen her am meisten. Dann probiere ich das Quinoa Brot noch. Faszinierend an dem Brot ist, es hat eine richtig saftige Konsistenz. Es ist richtig weich und saftig. Schmeckt schon sehr intensiv nach Quinoa. Also wenn ihr Quinoa Geschmack gerne habt, ist es perfekt. Ich denke, es ist ein Brot, das eher mit salzigem Aufstrich geeignet ist. Nicht unbedingt für ein süsses, weil es doch einen recht intensiven Geschmack hat. Aber komm, sie ist stanzmässig. Faszinierend. Mega gut. Ein 100% Quinoa Brot. So etwas Gutes. Dann kommen wir zum Haferbrot. Dafür brauchen wir eine solche Schale Hafermahl. Das ist jetzt ein bisschen mehr Mahl, wie die anderen drei Mahl. Das liegt daran, dass das Hafermahl viel leichter ist. Und ich das wirklich mahle, ohne das nachher zu filtern. Es ist darum auch ein bisschen grober. Es hat noch ein bisschen grobere Stückchen. Fast ein bisschen flockenartige Stückchen drin. Und darum nehme ich vom Hafermahl immer ein bisschen mehr. Das sind jetzt sogar nur 350 Gramm. Das reicht aber gut. Ist dann auch ein bisschen leichteres Haferbrot. Wie gesagt, für diese Brotkreation brauchen wir eine solche Schale Hafermahl. Das sind 350 Gramm. Dann brauchen wir ein bisschen Salz. Ein bisschen Wasser. Und zum Binden brauchen wir Linsamen und Chiasamen. Ein Viertel Würfel Hefe. Das ist nicht ganz unverpackt. Das sind ungefähr 10 Gramm. Die von diesen führen wir jeweils ein Esslöffel Linsamen. in eine Gewürzmühle und einen Löffel Chiasame hinein und das kurz mixen. Wenn wir das gemixt haben, geben wir es in eine Schale. Und giesse es mit heissem Wasser auf. Wenn ihr das abmessen wollt, dann machen wir auf die zwei Esslöffel Linn- und Chiasame. Machen wir vier bis sechs Esslöffel Wasser dazu. Ich mache das jetzt intuitiv und tue einfach ein bisschen Wasser dazu. Und mische das Ganze. Dann sollte eine schälartige Konsistanz entstehen. Und optimal lassen wir das noch ein wenig abkühlen. Vor allem auch wegen der Hefe im Teig. Dann geben wir unseren Mahl in eine Schüssel. einen gehäuften Teelöffel Salz dazu. Das geben wir hier in unsere Schüssel. Zuerst geben wir die Hefe rein. Und dann ein wenig Wasser. Das spielt nicht so eine Rolle wie viel. Dann mischen wir das Ganze ein wenig. Mischen. Geben wir das Hefenwasser zum Mahlen und Salz dazu. Hier schauen wir, wie das wirklich alle Hefen mitkommt. Dann geben wir noch unsere Lean Chia Samenschel dazu, unser Bindemittel in diesem Fall und ihr seht, ich benutze hier eine Küchemaschine, wo glütenfreie Teige eher ein bisschen flüssiger sind, kann man das gut aber auch von Hand machen, wenn ihr das nicht habt, ich empfehle es euch auf jeden Fall, wenn ihr viel Brot macht, ich nehme die jetzt auch, weil es einfach schneller geht. Während das mischt, habe ich hier schon ein bisschen Wasser vorbereitet, das ist so ungefähr Raumtemperatur, also nicht zu heiss, nicht zu kalt, nicht heiss, nicht warm und gebe während das sich vermischt immer ein bisschen Wasser dazu, etwas dickflüssiger, geschmeidiger Teig entsteht. So, da haben wir jetzt auch unsere optimale Konsistenz erreicht. Beim Hafer ist das tendenziell eher ein bisschen dünnflüssiger oder lasse ich es absichtlich ein bisschen dünnflüssiger werden, der Teig. Das hat den Grund, dass wenn ich jetzt den Hafer lasse, den Teig aufgehen lassen, dass Hafer die Eigenschaft hat, dass es sich im Nachhinein noch ein bisschen verdickt und ein bisschen dickflüssiger wird. Darum kann man beim Hafer ruhig das Ganze ein bisschen dünnflüssiger machen. Aber auch hier, wir sehen, es ist immer noch ein recht dickflüssiger Teig. Auch diesen Teig geben wir in eine kleinere Schüssel zum Logo. Auch hier brauchen wir jetzt ein nasses Tüchchen. Das geben wir über die Schüssel drüber. Stellen das an einen warmen Ort in der Küche oder in der Wohnung oder in eurem Haus und lassen den Teig für eine Stunde Logo. Und da haben wir den Haferteig, der ist auch recht wenig aufgegangen. Wenn der Teig gegangen ist, dann brauchen wir eine Kastenform. Und da geben wir ein bisschen Öl rein. Oder Fett. Ihr könnt auch Kokosfett nehmen. Und tun das Ganze mit einem Pinsel an der Hand schön verteilen. Fügen, dass wir schön in der Ecke und überall eingefettet haben. Dann geben wir unseren Teig in die Form. Wir sehen, hier beim Hafer ist es tendenziell am wenigsten flüssig. Das ist, weil es, wie ich schon gesagt habe, etwas fester wird. Wenn wir es ist, dann lassen wir diesen Teig noch für 20 bis 30 Minuten Logo. Jetzt ist der letzte Teig auch ready. Der Haferteig ist jetzt auch noch aufgegangen. Also bei dem braucht man einfach ein bisschen Geduld. Aber ihr seht, er ist auch, obwohl es eine grössere Form ist, sehr schön aufgegangen. Dann machen wir auch diesen Teig in den Ofen rein. Brot backen wir jeweils ungefähr eine Stunde plus minus. Und zu guter Letzt das Haferbrot. Auch das ist sehr schön geworden. Und kommt sehr gut aus der Form raus. Ist das hellste vor allem, würde ich sagen. Und das ist das Haferbrot. Das ist das hellste. Ist auch schön, ja, eigentlich nicht so genusprig, also schon auch genusprig, aber recht weich geblieben. Und auch hier schauen wir mal, wie das von innen aussieht. Das ist richtig schön luftig und richtig weich drinnen. Ist auch das leichteste Brot. Hier habe ich ja auch am wenigsten mal tendenziell dafür verwendet. Ist mega schön geworden. Hafer hat wirklich eine sehr schöne Konsistenz. Ist ein sehr leichtes Brot. Jetzt probiere ich das feine Haferbrot noch. Sehr fein. Haferbrot ist einfach faszinierend, weil es ist mega leicht. Es ist wirklich mega leicht und fluffig. Also für jeder, der gerne ein leichtes und fluffiges Brot gerne hat, ist das die perfekte, perfekte Brotkreation. Ist auch sehr neutral vom Geschmack. Schmeckt sehr fein mit salzig, mit süss und hat einen Geschmack, der wirklich, ich habe das Gefühl, das gefällt jedem. Das ist wirklich einfach ein Brot, das jeder gerne isst. Sehr fein. Jetzt sind wir am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr könnt etwas von diesen Brotkreationen mitnehmen. Wie ihr schon am Anfang gesagt habt, das Optimum ist, wenn ihr diese Eigenschaften jetzt gesehen habt, dass ihr mit diesen Eigenschaften eine Mischung macht. Also zum Beispiel ein Buchweizenhaferbrot oder ein Hirsenhaferbrot oder ein Quinoa Buchweizenbrot und so weiter und so fort. Da könnt ihr wirklich ein bisschen experimentieren. Ihr seht, es geht mit jedem Mal 100% Hirsen, Buchweizen, Quinoa Brot zu machen. Das heisst, es spielt komplett keine Rolle, in welchen in welchen, ähm, in welchen Manginen ihr die einzelnen mal nehmen. Und da könnt ihr einfach mehr nach eurem Geschmack eure Kreationen machen. Schreibt gerne in den Kommentar, wenn ihr eure Brotkreationen gemacht habt, wenn ihr 100% Brot ausprobiert habt, aber auch wenn ihr eure eigene Mischung gemacht habt. Teilt das Video auf jeden Fall mit jedem Koch und Backbegeisterten. Und abonniert den Kanal, wenn ihr weitere solche tolle Videos sehen und benachrichtigt werden wollt. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Video. Like, danke für mich.